Nun ist er also da. Der Moment, wenn nach circa zwölf Monaten Arbeit an den Texten und Videos, nach einem abrupten Stopp dank Corona, nach Frust und Freude das letzte Video des Moduls, aber damit auch des gesamten MOOCs ansteht. Wenn Sie bis zu diesem Punkt gekommen sind, dann möchte ich mich zunächst einmal für Ihr großes Durchhaltevermögen bedanken. Aus welchem Grund auch immer Sie die Reise in die musikdidaktischen Konzeptionen mit mir begonnen haben, sei es begleitend zu einer Lehrveranstaltung im Studium, um sich als Lehrkraft weiterzubilden oder rein aus Neugier und Interesse, ich hoffe wirklich sehr, dass Sie etwas für sich selbst und Ihre professionelle Entwicklung mitnehmen konnten. Mein Ziel in der Gestaltung der Videos war nicht, Ihnen Rezepte und Lösungen für musikpädagogische Fragen zu liefern, solche Rezepte gibt es nicht. Stattdessen wollte ich Ihnen ein paar Einblicke geben in die Entwicklung, die die Musikpädagogik und Musikdidaktik im Laufe des 20. Jahrhunderts bis heute genommen hat. Dabei waren meine Entscheidungen über Themen, Autoren und Autorinnen und Texte, die ich behandeln wollte, immer subjektiv geprägt, ebenso wie die Auswahl an Zitaten, Bildern und Kommentaren. Und so mag es sein, dass Sie sich fragen, warum ich nicht über Handlungsorientierung gesprochen habe oder über kommunikative Musikdidaktik, warum ich nicht dank Mar Venus Unterweisung im Musikhören ein Modul gewidmet habe. Hätte es nicht auch ganz andere Themen geben können? Meine Antwort darauf lautet, ja, das hätte es. Und ich gehe noch weiter und sage, dass jemand anderer sicherlich einen ganz anderen MOOC geschrieben hätte. Außerdem kann man sich natürlich auch fragen, warum man sich überhaupt mit den teils überholten historischen Konzeptionen auseinandersetzen sollte. Dazu antworte ich, dass es aus meiner Sicht notwendig und hilfreich ist, sich mit der Geschichte des eigenen Faches zu beschäftigen. In der Reflexion der historischen Herangehensweisen an den Musikunterricht liegt die Chance, sich bewusst und absichtsvoll für bestimmte Ziele, Methoden und Inhalte in der Durchführung des eigenen Musikunterrichts in Gegenwart und Zukunft zu entscheiden. Was sie dann als Lehrkräfte für sich selbst aus der Beschäftigung mit den musikdidaktischen Konzeptionen in Verbindung mit bedeutungsvollen Erfahrungen in der Praxis entwickeln, bezeichnet Anne Niesen als Individualkonzept. Letztendlich kann das im Idealfall dazu führen, dass Theorie und Praxis des Musikunterrichts nicht mehr als Gegensatzpaare existieren, sondern vielmehr in eins fallen. Sie als Musiklehrkraft denken dann vielleicht mehr in Theorien als nur über Sie und nehmen diese Reflexionen als Ausgangspunkte für fundierte Unterrichtsplanungen. Letztendlich wird die Entwicklung von Gesellschaft, Schule und damit auch Musikunterricht immer weitergehen und die Geschichte der musikdidaktischen Konzeptionen bleibt offen. Werden wir in zehn Jahren noch Bläser und Chorklassen an Schulen haben? Wie viel werden wir über und mit neuen Medien vermitteln? Welche Begründungen wird es in Zukunft für einen allgemeinbildenden Musikunterricht geben? All diese Fragen machen neugierig auf das, was da kommt und wie wir es gemeinsam mitgestalten? Wenn diese Videoreihe Ihnen dabei ein wenig Unterstützung geben konnte, dann ist mein Ziel absolut erreicht. Und am Schluss bleibt mir nur noch, mich zu bedanken. Bei Ihnen für das Zuhören, Mitdenken, Fragen beantworten und dabei bleiben. Ein großer Dank gebührt auch dem Team Lehr- und Lerntechnologien der TU Graz, die mir großes Vertrauen entgegengebracht haben. Sie haben mir ermöglicht, diesen MOOC zu schreiben, ohne mich selbst um die Aufnahmetechnik und den Schnitt kümmern zu müssen. Vielen Dank vor allem an Antonia und Martin, die hinter der Kamera dafür gesorgt haben, dass ich mich vor der Kamera wohlgefühlt habe. Ein Dank geht auch an Maximilian Gottsähler, der die Mammutaufgabe übernommen hat, parallel zu seinem Referendariat den MOOC zum Thema erfahrungserschließende Musikerziehung zu übernehmen. Außerdem danke ich Lena Reuter, die einige MOOCs inhaltlich gegengelesen und kluge Vorschläge zur Verbesserung gemacht hat. Ich hoffe, dass Sie Spaß an den Videos hatten und Sie zum Nachdenken angeregt wurden. Vielleicht sehen wir uns ja in ein paar Jahren wieder oder treffen uns an einer Hochschule, Schule oder auf Konferenzen. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Planung, Durchführung und Reflexion von Musikunterricht. Auf Wiedersehen!